Nein, nicht Thailand, Taiwan. Ja, ich flieg nach Taiwan, ich bin gerade beim Einpacken. Schmeckt fürchterlich über die ganze Straße, aber schmeckt lecker. Gibt's schon Essen hier, ne? Wenn da oben jetzt keine Imbissbude oder irgendein Vögel-Ziehstand ist, verklage ich die Stadt frei wegen Versorgung des Engpässen in bestimmten touristischen Gebieten.